Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Battlefield Play for free und zwar zocke ich hier Pimsi Grimwolf also mehr oder weniger den unbeneinten Tofur of Skull und zwei immer schon spacken im Auto mit und ist der eine Leiche lag geflogen? und ich teste jetzt mal das 11.80, ich hab die Farmer ja schon getestet ausführlich mit vor und nach Patch aber das 11.80 mach ich einfach nur vor Patch und nicht na vielleicht mach ich auch nach Patch irgendwann nochmal aber erstmal nicht erstmal nicht nur den vor dem Patch und keine umfangreiche PTE Scheiße oder so Kram dafür ist ich mir 11.80 aber nicht cool genug das ist auch nicht selber halt hab ich auch selber auch nicht sondern halt nur ähm der Tophie also nicht Tophie mehr aber war mal Tophie eh mal Tophie stellt euch nicht in meine Fresse rein ey schön ist halt man kann damit äh mit sehr hohen Schaden und mach mehr weniger auch mehr auf auf Range mit Headshots immer zwei Hit wenn zwei Headshots macht aber ähm ja oh fuck das war ein Panzer ähm ja ich habe daran gebaut erstmal hier ähm Stingray Max und Stabilized Sock und Predator Barrel so dran und das M845 dieses lustige kleines Scope was überhaupt nicht OP ist aber mit vielen Waffen ist es gar nicht mehr so gut aber im 11.80 schon ähm ja und damit kann man sehr lustig Typen wegragen es hat zwar einen schräg nach oben Verzug der eigentlich nicht so hübsch ist aber trotzdem lässt er sich sehr gut ausgleichen der Verzug ja so die Sache ich mach halt auch nah auch irgendwas um die ähm 30 Schaden und damit bin ich Rang 29 geworden mit diesem LK und ich hab's geschafft es mich zu retten ähm mit sehr schnell Tapfeier kann man eigentlich ziemlich schnell töten nur hab ich zuerst hatte vorbeigeschossen war noch der Typ davor stand jetzt gerade man macht halt auf nahe über 30 Schaden so 32 noch auf Range noch irgendwas mit 25 und so ne und kann damit einfach mal Leute gut wegholen ähm ja durchschießen kann ich ja durchschießen kann ich ja durchschießen auch kann ich ja nicht durchschießen jetzt kann ich ja durchschießen ach scheiße ja egal hey ich wurde wiederbelebt toll dann wurde ich wieder umgebracht und wieder wiederbelebt yay ja das ist hier Pharao der mich wiederbelebt hat hab ich so mitbekommen ne das fand ich mal ganz schön nett von ihm dass er hier mich wiederbelebt und ich darf nicht am Leben bleiben konnte schlechte Logik ihr seht äh scheiße wieder zurück zu D bisschen scheißunausgelegenes Match hier gerade das kostet mich ein bisschen an weil das ist dann nämlich unausgelegenes da muss man viel laufen und laufen ist kacke wie ihr sicherlich wisst ui da kommt ein Panzer da werden wir mal unsere C4 raus machen wir erstmal kurz ein Satellite genau wie irgendjemand anderes in der Nähe ist ok da ist ein Auto und noch ein Auto und ein Typ der dort lang herankommt dort hinten hinter dieser Mauer wieso ist der oben ist der oben unter der Mauer der ist oben scheiße komm zeig dich oh kacke hier so so macht man das mit einem Leben überleben so machen das die real Gangstars so M4 ein paar Leute zu mir rufen und 7 mich ein bisschen heilen oh da wäre Medipack gewesen scheiße ne jetzt wird auch vorher gemacht auf die Range das ok so ne meine Leute mein scheiße Sniper ich hab die jetzt eigentlich ganz lustig weggehettet aber irgendwie war er da ein Sniper und irgendwie hat er mich umgebracht hat er mir ja schon gesetzt Rang 2 mit 1,4 GD das ist ein bisschen bitter nicht nur so ein bisschen eigentlich das ist ziemlich bitter aber irrelevant trotzdem so wenn wir mal Satellite Scam wieder frei gucken wir mal gucken ob wir jemand anderen sehen noch ok dort oben sind Typen viele Typen so ein paar Granaten schmeißen weil die jetzt wieder schon tot sind aber oh hier machen wir Spawn Camping nicht ja fickt euch mal ich sehe nichts ich sehe gar nichts ich kriege nur Schaden und mache nichts oh jetzt stellt euch nicht vor meine Fickfresse davor das ist überhaupt nicht nett von euch ihr sollt mal ein bisschen was nütteres anständiges machen wie zum Beispiel irgendwie nicht euch vor meine Fresse stellen oh ja danke sehr gesniped gesniped ok hier sind aber genügend Typen von uns äh das ist überhaupt keine abgepackte Situation hier das ist immer noch der Panzer oder scheiße ähm ja die Situation ist anders als so stand oh der Panzer ist schrott schon ach kacke man da ist ein Typ das Typ ich will nächstes Mal ich ihn bekommen der Panzer ich will dir wieder zeigen oh da ist jemand da ist schmeißt mich hier nicht runter meine lieben Leute bitte ich würde hier nur gerne campen ich würde gerne hier oben campen oh ja mich zurückziehen wurde ich angehitet wieder mal komm zeig dich raus ach scheiße oh jetzt stellt euch nicht in meine Fickfresse rein oh jetzt ach come on nicht euer Ernst oder ich kann überhaupt nicht schön campen also ich meine hier sind vier so viele Leute um zu campen ach ist meine Waffe alle ist meine Waffe alle da ist ein Auto das muss ich mir jetzt irgendwie holen ok ich hab das Auto nicht bekommen aber ich will jetzt so mehr oder weniger sind wir jetzt hier noch zu zweit nein nur noch alleine ok wow Rang 1 Rang 1 jetzt das Spiel auf mir war es so beinahe das ist aber hier ganz lustig gewesen 11-3 ist ja nicht bei A ne ist ja schick das war jetzt irgendwie ein bisschen naja zumindest hab ich ein Level ab hinbekommen und ich bin nur irgendwie Sechster geworden weil irgendwie bin ich so nicht zu kommen weil die Typen sich beim Spawn Camp einfach vor mich gestellt haben ich meine das hätte viel cooler sein können jetzt kackt mich nicht von hinten an ach jetzt fickt hier nicht rum ey sorry man Leute ja 11-85 OP auf Range ähm ok auf nah OP Waffe aber das wisst ihr sicherlich so und damit ähm ja ähm ja so kann ich mich schon mal verabschieden und Victory 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 hättet ihr es nicht gedacht oder das war überhaupt nicht wir waren überhaupt nicht das überlegene Team das will ich jetzt nicht anmerken oder so es ist hier guck mal der Typ der Typ hat sich nen XP Muster geholt ja man hat der zu viel Geld ja so auf Wiedersehen ha